Wir begrüßen euch ganz recht herzlich zur neuen Kinder-Uni im Wintersemester 2019-2020. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Martin. Und ich bin Julia. Und wie ihr seht, haben wir hier schon eine ganze Menge vorbereitet. Aber vorher, wie in jedem Jahr, möchte Professor Scharek noch euch was sagen. Und da er heute leider nicht dabei sein kann, hat er die Botschaft vorher schon für euch aufgenommen. Mein Name ist Wolfgang Scharek und ich bin Rektor der Universität Rostock. Leider kann ich nicht persönlich bei euch sein, um euch zu begrüßen. Aber ich habe mir dafür extra den Talar angezogen und die Rektorkette umgelegt, weil ich euch ganz herzlich, liebe Kinder, zum Wintersemester 2019-2020 an unserer Universität Rostock begrüßen möchte. Das Jahr 2019 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Denn vor 600 Jahren, im Jahr 1419, stellt euch mal vor, vor 600 Jahren, da wurde unsere Universität gegründet. Und das heißt, dass wir dieses ganze Jahr einen großen Geburtstag feiern. Und deswegen ist auch die Kinder-Uni, zu der ihr herzlich eingeladen seid und zu der ich euch begrüße, ein ganz besonderes Ereignis in diesem Jahr, im 600. Jubiläumsjahr. Ich bin Frau Loseris und ihrem Team sehr dankbar, dass sie immer wieder gute Ideen hat, um euch mit ihren Vorlesungen zu begeistern. Und dass wir viele Unterstützer haben von der Ostsee-Zeitung, die gesamte Universität, die Dozentinnen und Dozenten, um euch wirklich spannend aktuell Universität zu zeigen. Ihr seht, dass ihr in der Universität Unglaubliches erleben könnt innerhalb von einer Vorlesungsstunde. Dass ihr in dieser Vorlesung, die zum Thema Raumfahrt sein wird, wahrscheinlich bis zum Mond und vielleicht noch darüber hinaus fliegen werdet. Überlegt euch mal, wie weit es zum Mond ist. 384.000 Kilometer. Das schafft ihr in einer Vorlesung. In Gedanken, mit Informationen, die ihr dazu bekommt. Wenn man einmal um die Erde am Äquator rumfährt, wisst ihr das, wie lang das ist? Das sind 40.000 Kilometer. Wie viel weiter ist es bis zum Mond? Und vielleicht fliegt ihr noch über den Mond hinaus und guckt euch den Mars noch an. Ich wünsche euch jedenfalls sehr viel Spaß für diese Vorlesung. Und viel Begeisterung für die Universität als neue Studentinnen und Studenten unserer Universität in der Kinderuni. Ihr könnt mit viel Begeisterung ganz viel lernen. Bleibt neugierig. Ob ihr nun das Kleinste erforscht durchs Mikroskop oder das Größte im Weltall. Oder ob ihr wie mit einer Zeitmaschine in der Geschichte zurückgeht. Oder vielleicht auch in die Zukunft schon guckt. Stellt viele Fragen. Euch werden immer wieder neue Fragen einfallen. Und das zeigt eigentlich nur, dass eure Neugier eigentlich kaum zu befriedigen ist. Insofern herzlich willkommen an der Universität Rostock. Liebe Kinder, euch einen schönen Start in dieses neue Semester. Ja, vielen Dank an Herrn Scharek, der ja nur heute leider nicht da sein durfte. Aber er hat euch genau das gesagt, was wir uns auch wünschen für die Kinderuni. Dass ihr mit ganz vielen Fragen hier ankommt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen klären können. Und wir wollen euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Julia hat ja schon gesagt, hier ist ganz viel aufgebaut. Ich würde sagen, ihr applaudiert jetzt einmal ganz laut. Und wir übergeben das Wort an die Leute von der Raumfatschung. Wow, ja. Julia, Martin, vielen Dank. Jetzt, vielen Dank, Julia und Martin. Bevor wir anfangen können, muss ich euch im Prinzip noch so eine Sicherheitseinweisung geben. Das Gute ist, diese Sicherheitseinweisung enthält im Prinzip nur einen Punkt. Und zwar, falls wir ja in die Situation kommen, die sehr unwahrscheinlich ist, dass wir alle den Saal verlassen müssen, dann müsst ihr wissen, wo die Notausgänge sind. Es gibt hier insgesamt vier Stück. Und zwar sind die einmal hier unten, einmal auf der rechten Seite, unten einmal auf der linken Seite. Ihr seht die auch mit dem Notausgangszeichen markiert mit dem grün-weißen. Und oben gibt es auch noch zwei, im Prinzip dort, wo die Scheinwerfer so ganz hell strahlen. Das heißt also, für die, die weiter oben sitzen, der Notausgang für euch befindet sich hinter euch. Das war im Prinzip schon das, was ich euch vorher mitgeben musste. Jetzt mache ich hier das Licht im Saal aus und dann starten wir. Das ist das Licht im Saal aus. 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 Das lachen Sie wirklich. Das ist das Licht im Saal aus. 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 Okay. Hervorragend. Ja, okay. Wow. Das war klasse. Okay, ihr könnt wieder aufhören. Ihr könnt wieder aufhören. Wow. Das hat schon echt gut geklappt. Und das werden wir auch gleich in unserer Show noch brauchen, denn manchmal wird es bei uns richtig laut zu gehen. Da könnt ihr auch richtig Krach machen, so wie eben. Aber manchmal, aber manchmal solltet ihr auch ganz leise sein, dass ihr alle gut versteht, was wir euch hier vorne präsentieren möchten. Genau, man hat das gerade schon gemerkt. Also die Lautzeit hat schon richtig gut geklappt. Das leise werden hat nicht so gut geklappt. Jetzt könnt ihr sagen, ja, woher sollten wir wissen, dass wir leise sein sollen? Um das zu verdeutlichen, haben wir diese Hände mitgebracht. Das heißt, immer wenn wir euch diese grüne Seite zeigen, dann dürft ihr wieder richtig laut sein und Krach machen, wenn wir euch aber die rote Seite zeigen, ab dann alle leise sein, alle ganz still. Achtung, ich will das mal ausprobieren. Mal gucken, wie gut das klappt. Psst, psst. Hey, das hat schon mal nicht so gut geklappt. Wir probieren das gleich noch mal. Achtung, alle genau auf die Farbe der Hand achten. Okay, sehr gut. Ähm. Psst. Mich würde jetzt gerne mal noch interessieren, Ja, das ist eine gute Idee, das probieren wir mal aus. Und zwar würde mich mal interessieren, welche Seite hier lauter sein kann. Wir teilen euch einmal hier in der Mitte auf. Achtung, einmal in der Mitte. Achtung. Hey. Wir teilen euch einmal in der Mitte auf. Die, die nicht genau wissen, zu welcher Seite sie gehören, macht einfach bei beiden Seiten mit. Und ansonsten beginnen wir jetzt hier drüben mit der rechten Seite. Also jetzt alle noch mal hier auf der rechten Seite. Psst. 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 Okay, das war schon echt beeindruckend. Jetzt noch mal hier drüben die andere Seite. Achtung, jetzt nur die hier auf der linken Seite. Psst. Okay. Das klappt schon mal soweit ganz gut. Pirmen, Vorbereitung, damit abgeschlossen. Genau. Vor 50 Jahren, vor 50 Jahren sind die ersten Menschen bis zum Mond geflogen. Das war das berühmte Apollo-Programm. Dann, am 20. Juli 1969, haben die ersten beiden Menschen den Mond betreten. Das waren Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Ihr seht die hier. Links Neil Armstrong, rechts Buzz Aldrin. Danach haben noch 10 weitere Menschen, also insgesamt 12 Menschen, den Mond betreten. Ihr seht alle 12 hier auf diesem Foto. Und einer, einer von diesen wenigen Menschen, also einer von diesen 12, hat extra für euch eine Grußbotschaft. Hört euch mal an, was Charlie Duke, der 10. Mann auf dem Mond, der ist auch hier rot markiert, euch zu sagen hat. Film ab. Hallo, mein Name ist Charlie Duke. Fast 50 Jahre alt war ich auf dem Mond, während Apollo 16. Es war eine faszinierende Erfahrung. Heute, diese Show, wird euch auf dem Mond bringen. Ich hoffe, dass ihr den Reisen genutzt habt. Es ist wirklich groß, dass so viele junge Menschen in Deutschland so interessiert in Raum und Wissenschaft. Alles Gute für euch. Wow. Vielen Dank, Charlie Duke, für diese Grußworte. Ihr habt es gehört. Für ihn war es damals ein faszinierendes Erlebnis, zum Mond zu fliegen. Er findet es toll, dass sich gerade auch hier in Deutschland so viele junge Menschen für Raumfahrt interessieren und wünscht euch allen ganz viel Spaß bei unserer gemeinsamen Gedankenreise zum Mond. Ja, dann werden wir den Count und jetzt herunterzählen, so wie wir es gerade geübt haben. Und dann startet auch schon unsere Raumfahrtshow. Ihr seht dazu die Bilder, mit denen damals die Menschen bis zum Mond geflogen sind. Ich würde sagen, von 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 1, 1, 5, 6, 4, 1, 1, 2, Hallo Leute, auch von mir, willkommen auf dem Mond. Und, ja, so wie wir das hier eben nachgestellt haben, sind vor 50 Jahren am 20. Juli 1969 die ersten Menschen auf dem Mond gelandet mit einer solchen Landeffere. Und dann hat der erste Mann, Astronaut, den Mond betreten, das war Neil Armstrong. Also, das hier, das ist natürlich nicht Neil Armstrong. Das ist unsere Kollegin, die heute hier mit uns gemeinsam die Raumfahrtshow moderieren wird. Mein Name ist Clara und ich freue mich riesig auf die Show mit euch. Und als du gerade die Leiter heruntergestiegen bist, da hat man gehört, wie jemand was auf Englisch gesagt hat. Genau, das war ich. Also nein, das war nicht ich, das war Neil Armstrong. Er war ja Amerikaner und hat Englisch gesprochen. Übersetzt hat er gesagt, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Ja, das waren die ersten Worte eines Menschen auf dem Mond. Ein ganz berühmter Satz. Aber du, Clara, sag mal, Neil Armstrong, wenn ich mich recht erinnere, der war ja nicht alleine auf der Mondoberfläche, oder? Genau, Buzz Aldrin ist mit ihm dort gelandet und dann auch ausgestiegen. Gemeinsam haben sie die Mondoberfläche erkundet. Hier seht ihr ein Foto von Buzz Aldrin auf dem Mond, ein ganz, ganz berühmtes Bild. Wow, toll. Aber lasst uns bitte vom Mond nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Die Astronauten sind ja mit einer Rakete zum Mond geflogen und wir sehen auch hier so ein Modell davon und auf den Bildern. In Wirklichkeit war die über 100 Meter hoch, also extrem groß. Und damit natürlich auch extrem schwer. Was ich mich frage, wie kann es denn sein, dass so eine große und schwere Rakete überhaupt vom Boden abhebt? Das kann ich euch erklären. Und zwar hat so eine Rakete ganz starke Triebwerke. Da strömt in kürzester Zeit ganz viel Gas aus und treibt die Rakete an. Und dafür habe ich auch ein sehr aufwendiges Experiment vorbereitet. Und ein sehr aufwendiges Experiment, allerdings. Dann lass uns mal lieber einen Schritt zur Seite gehen, oder? Ja. So, den Platz werden wir auch brauchen, denn so einen Raketenstart, den könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Luftballon. So, wir haben jetzt unsere Rakete mit Treibstoff befüllt, mit Luft. Und wenn ich den Ballon jetzt loslasse, strömt die Luft in die eine Richtung und treibt den Ballon in die andere Richtung an. Wow. Ja, wow. Also, wir sagen, Pimmin, dein Experiment, das war ja wirklich sensationell. Aber ich, ich habe da auch etwas Spektakuläres vorbereitet. Noch spektakulärer als mein Luftballon? Ha, warte ab. Für mein Experiment brauche ich als allererstes, ganz wichtig, einen Schutzhelm. Als nächstes hole ich mir meine Rakete. Was ich zusätzlich zu meiner Rakete noch bräuchte, wäre natürlich eine Startrampe. Clara, kannst du die bitte vorbereiten? Das mache ich. So, und das Spannendste an so einer Rakete, wir haben das eben gehört, das sind natürlich... Wo habe ich die denn? Ach, hier. Meine Triebwerke. So, die muss ich jetzt hier natürlich noch einstecken. Tobi, schließt du da gerade ganz normale Laufbläser an? Ha, allerdings. Ja, und mit diesen Triebwerken steige ich jetzt in meine Rakete. So, ich steige in meine Rakete ein. So, jetzt rolle ich zur Startrampe. So, dann mache ich mich hier mal bereit. Nehmen die Füße hoch. Ich sitze in meiner Rakete, bin bereit für den Start. Und was mir jetzt nur noch fehlt, wäre ein Countdown. Den kannst du haben. Von fünf und... Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wow, danke Tobi und Firmin für diese sensationellen Experimente zum Raketenspartstart. Einen Applaus dafür. Wow. Danke sehr. Dankeschön. Aber sag mal Tobi, die Astronauten werden in ihrer Rakete ja noch ein bisschen schneller beschleunigt, als du mit deinem Rakete, mit deinem Laufbläserantrieb, ne? Ja. Wenn die Rakete immer schneller und schneller wird, dann werden die Astronauten richtig doll in ihre Sätze gepresst. Und im Training werden sie darauf vorbereitet. Und zwar in einer Zentrifuge. Das seht ihr hier im Video. Die Astronautin wird angeschnallt, kommt so eine Kapsel, da wird die Tür zugemacht und dann saust die Zentrifuge im Kreis herum. Sie wird immer schneller und schneller und dabei wird die Astronautin so stark beschleunigt, wie bei einem Raketenstart. Okay. So eine Zentrifuge, die kenne ich. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie ein sich schnell drehendes Karussell. Aber ich frage mich, so eine Zentrifuge, die dreht sich ja immer im Kreis. Und so eine Rakete, die startet ja jetzt gerade nach oben. Ob geradeaus oder im Kreis, ist egal. Es kommt nämlich auf die Beschleunigung an und dass die Astronauten das trainieren. In einer Zentrifuge werden die Astronauten im Kreis beschleunigt und das geht auch in einer ganz normalen Halle. Ja, ihr habt es gehört. Das geht in einer ganz normalen Halle. Das geht quasi nahezu überall. Und dazu habe ich ein weiteres Experiment vorbereitet. Und zwar haben wir hier unsere Eimerzentrifuge. Sie ist ein ganz normaler Eimer. Hier ist ein Seil dran. Hier oben ist eine Kamera dran. Da könnt ihr sogar das Bild sehen. Ich kann auch mal das Licht anschalten. Es dauert einen kleinen Moment. So. Und jetzt könnt ihr sehen, da drin sitzt unser Eimer-Astronaut Fred. Und das Spannende ist jetzt, wie sieht Fred aus, wenn ich diese Zentrifuge ganz doll hier so im Kreis schleudere. Das Problem dabei ist, wir haben das ja gehört, das geht in einer ganz normalen Halle. Theoretisch. Praktisch muss diese Halle natürlich leer sein. Das kann ich jetzt also leider hier drin nicht machen. Damit ihr aber mal seht, wie das aussieht, haben wir das, bevor ihr quasi hier wart, mal draußen auf dem Rasen gedreht. Guckt euch das mal an. Ja, also ihr habt gesehen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Das war für mich auch ziemlich anstrengend. Ich habe das aber eben schon mal gehört. Das Spannende ist ja jetzt nicht, wie ich dabei aussehe. Das Spannende ist natürlich, wie es Fred dabei geht. Und dazu gehe ich mal ins Zentrifugen-Kontrollzentrum. So, und zwar lade ich jetzt hier mal das Video von der Innenansicht. So, schaut es euch mal an. Ihr seht, ne, der Eimer steht noch auf dem Gras. Fred sieht ganz normal aus. Und das Spannende ist jetzt, wie verändert sich das Fred-Gesicht? Ja, also ihr seht, ich halte das sogar mal kurz an. Ihr seht, Fred wird da ganz schön zerknetscht. Und im Prinzip genau so, nur nicht ganz so stark, geht es auch Astronauten bei dem Training in der Zentrifuge oder beim Start von echten Raketen. Ja, ihr habt es gesehen, der Fred, der sah eben ziemlich zerknautscht aus, aber das ist gar nicht so schlimm. Genau, denn durch das Training, da gewöhnen sich die Astronauten an das Gefühl und dem Fred, der ist jetzt auch schon wieder fit, aber ich würde trotzdem sagen, ein Applaus für den mutigen Fred, oder? So, jetzt wissen wir also, wie so eine Rakete startet und dass Astronauten dabei einiges aushalten müssen. Dann sind sie schließlich im Weltall und vor 50 Jahren sogar bis zum Mond geflogen. Lasst uns jetzt mal darauf zu sprechen kommen, wie weit es bis dorthin überhaupt ist. Von der Erde bis zum Mond sind es ungefähr 400.000 Kilometer. Genau, und damit wir uns diese große Zahl über vorstellen können, haben wir was vorbereitet und zwar ein Modell. Tobi, hol du dir mal den Mond und ich hole die Erde. So. Da habe ich die Erde. Wie ihr seht, das ist beides natürlich sehr stark verkleinert, dass die hier überhaupt in diesen Saal oder in diesen Hörsaal passen und dass wir euch diese Entfernung zeigen können. An dieser Stelle bräuchte ich hier mal Hilfe von dem Bühnenkind, das wir vorher schon ausgewählt haben. Johannes, kommen wir wieder zu uns. Großen Applaus noch für Johannes. Schnappst du dir mal bitte den Mond und geh mal da rüber an die Wand und stell dich dann mal auf das Kreuz. Was mich jetzt mal interessieren würde, Clara, wie sind denn eigentlich die Astronauten damals von der Erde zum Mond gekommen? Das könnten wir eigentlich hier mal vormachen. Hilfst du mir dabei? Okay. Super. Also, ich gebe dir mal das Apollo-Raumschiff. Okay. Und ich nehme mir die Landefähre. Und zwar sind wir damals von der Erde aus gestartet und sind einmal um die Erde herum geflogen. Dann hat das Raumschiff noch einmal seine Triebwerke gezündet und wir sind in Richtung Mond geschossen. Und wir waren übrigens zu dritt unterwegs. Halt, stopp. Wenn du sagst, ihr wart zu dritt unterwegs, dann können wir das doch mal mit drei weiteren Bühnenkindern hier mal nachspielen. Grete, Emma und Janik. Kommt mal bitte her. Stell dich mal hier vor uns. Einmal vor uns stellen und Richtung Publikum gucken. Achtung. Grete, dir gebe ich mal das Raumschiff. Du hältst mal das Raumschiff schön hoch. So. Und ihr beide? Ihr bekommt mal die Landefähre. Ganz wichtig, die waren quasi so zusammengekoppelt. Also so muss das bleiben. Und so könnt ihr mir jetzt mal nachlaufen. Ganz langsam treten wir jetzt den Weg zum Mond an. Wie lange wart ihr eigentlich für die 400.000 Kilometer bis zum Mond unterwegs? Wir waren drei Tage unterwegs. Und neben Buzz Aldrin und Neil Armstrong war auch noch Michael Collins an Bord. Und ihr könnt euch vorstellen, zu dritt für drei Tage lang in so einer kleinen Kapsel. Das war ganz schön eng. Das war sicher eine spannende Erfahrung. Stopp. Entschuldigung, dass ich euch unterbreche. Wir sind jetzt hier am Mond angekommen. Wie geht es denn weiter? Sehr gut. Also, ihr schwenkt mit dem Apollo-Raumschiff in eine Umlaufbahn um den Mond ein. Dann setzen sich zwei von euch in die Landefähre, koppeln ab und landen auf dem Mond. Die dritte bleibt immer in dem Apollo-Raumschiff und fliegt immer weiter um den Mond herum. Alles klar, machen wir. Also jetzt einmal mir nach. Wir müssen hier lang. Einmal so um den Mond herum. Okay. Genau. Einmal rundherum. Du kannst ja den Mond jetzt ein bisschen tiefer halten. Bisschen tiefer. Genau. Denn Achtung, jetzt müsst ihr in der Landefähre, ihr müsst jetzt quasi abkoppeln und von oben auf dem Mond landen. Während das Raumschiff, Grete, du immer weiter Mond- und Landefähre umkreist. Einmal oben auf dem Mond landen und ihr, genau, und du umkreist immer weiter den Mond. Das war einmal Mondlandung nachgestellt hier im Audimax. Ja, sehr schön habt ihr das gemacht. Sehr toll. Ihr könnt die Modelle da in der Ecke lassen und könnt wieder hier zu mir nach vorne kommen, denn ich habe eine kleine Belohnung von euch, für euch und zwar einen unserer tollen Leuchtkulis. Vielen Dank fürs Mitmachen und mit einem großen Applaus könnt ihr euch wieder setzen. Sehr schön. Ja. So. Wir sollten jetzt einmal erklären, warum die Astronauten auf dem Mond überhaupt diese Raumanzüge und diese Helme anhatten. Genau. Die Antwort ist, erstens ist es auf dem Mond im Schatten bitterkalt und in der Sonne sehr heiß und der Raumanzug schützt uns vor diesen extremen Temperaturen. Und zweitens, auf dem Mond gibt es ja keine Luft. Wir hier auf der Erde haben die Atmosphäre mit Sauerstoff und anderen Gasen. Aber auf dem Mond mussten die Astronauten ihre Luft mit im Rucksack nehmen. So ein bisschen wie Taucher unter Wasser. Und dazu haben Clara und ich schon ein weiteres Experiment vorbereitet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hinter. So. Und zwar brauchen wir für das Experiment einen Schokokuss. Oh, darf ich den essen? Nein, der ist für uns Experiment. Wir wollen euch nämlich jetzt mal zeigen, was passiert, wenn es keine Luft gibt. Und dazu brauchen wir den Schokokuss und natürlich unsere Sicherheitsbrillen. Den Schokokuss tun wir jetzt unter diese Vakuumglocke. Vakuum, so nennt man das, wenn es keine Luft gibt. Natürlich gibt es jetzt noch Luft unter diesem Glasbehälter, aber die pumpen wir jetzt mal heraus. Wow! Oh, oh! Schau dich das mal an! Oh! Oho! Der wird ja mal größer! Oh! Wow, schaut mal! Der ist ja riesig! Ja, ich erkläre euch mal, warum der so groß geworden ist. Um uns herum sind überall Luftteilchen. Auch wenn die nur winzig klein sind, alle zusammen üben einen Druck auf uns aus. Den Luftdruck. Diese Teilchen drücken normalerweise alles zusammen, auch den Schokokuss. Wenn sie aber fehlen, so wie jetzt, dann kann sich der Schokokuss aussehen, weil der Druck da rumherum weg ist. Und aus diesem Grund haben wir Astronauten immer so einen Raumanzug an, denn das soll uns natürlich nicht passieren. Wow, echt, das war ein tolles Experiment. Und ich habe das doch verstanden, warum euch der Raumanzug schützt. Aber nach dem Experiment jetzt, wo der Schokokuss so riesig ist, da können wir uns den doch teilen. Hä? Wie kriege ich den denn jetzt ja wieder raus? Dazu müssen wir erstmal die Luft wieder reinlassen. Das mache ich mal. Hey, hey, Kevin, oh nein, oh ne, oh ne, oh, das darf doch nicht wahr sein. Also, nein, also ich muss gar nicht sagen, diese Pampe, die will ich jetzt auch nicht mehr essen. Verständlich. Aber immerhin wisst ihr jetzt, warum wir Astronauten auf dem Mond diese Raumanzug anhatten. Das stimmt. Zwie viele wollen einen Schokokuss, aber ich glaube, den wollen sie selber nicht. Genau, also ich glaube mir, den können wir jetzt so leider nicht mehr essen. Den wollt ihr nicht essen. Wow, aber ein tolles Experiment. Ja. Und weil wir gerade vom Vakuum auf dem Mond sprechen, da fällt mir noch ein anderes tolles Experiment ein. Also, noch ein Experiment, wieder mit einem Schokokuss? Nicht ganz. Und zwar haben wir diesmal eine Feder und einen Ball. So ähnlich wurde das übrigens auch von einem Astronauten auf dem Mond durchgeführt. Ähm, Moment, Feder und Ball? Ja. Also, was hast du denn damit jetzt vor? Das zeige ich dir einfach und euch allen. Aber dazu brauchen wir die Unterstützung von einem Bühnenkind. Ah, okay, warte, ja, ich habe hier noch einen Namen auf meinem Zettel stehen. Philipp, Philipp, komm bitte zu uns. Stell dich hier mal zwischen uns. Genau. Wir haben rein theoretisch auch irgendwo ein Mikrofon für dich gleich. Da kommt es auch schon aus. Ah, da kommt es. Wunderbar. Super, Dankeschön. So, zu unserem Experiment. Nimm einmal die Feder in die Hand und den Ball, jeweils einen, und sag uns mal, was davon ist schwerer? Die Feder, äh, der Ball. Der Ball? Okay, der Ball. Ja, das ist natürlich richtig. Gleich darfst du beides gleichzeitig auf den Boden fallen lassen. Aber bevor du das machst, fragen wir mal das Publikum. Was glaubt ihr fällt schneller nach unten? Wer ist für den Ball? Wer ist für die Feder? Wer kann sich... Wer kann sich nicht entscheiden? Und wer hat nicht aufgepasst? Okay. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Okay, Achtung, das heißt, wir werden jetzt alle gemeinsam den Countdown zählen. Du könntest schon mal die Arme ausschrecken, beides hochhalten. So, genau. Wir zählen jetzt, also es tut, dass wir wirklich beides auf so eine Höhe zu halten, dass beides gleich hoch ist. So. Wir zählen jetzt alle gemeinsam einen Countdown von 5 und bei 0 lässt du beides gleichzeitig los. Und wir beobachten mal, was schneller unten ist. Also, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Okay, was war das? Genau. Ich habe gehört, eindeutig, das war der Ball. Aber woran lag das denn jetzt? Aber das lag ja bestimmt da dran, weil der Ball... Genau, es lag da dran, weil der Ball schwerer ist als die Feder, oder? Ja, das denkt man, aber daran liegt es nicht. Okay, nicht? Woran liegt es denn dann? Also, um das herauszufinden, haben Clara und ich ein weiteres Experiment vorbereitet. Und zwar kommt es da auch schon, und zwar eine Röhre. Ich würde sagen, wir gehen dafür ein bisschen zur Seite, da brauchen wir ein bisschen Platz. So, in diese Röhre haben wir schon die Feder und den Ball hineingetan. Und jetzt spielen wir Mond. Ihr erinnert euch, da gibt es keine Luft. Und dafür brauchen alle hier eine Schutzbrille. Okay. Die darfst du mal ausziehen. Sehr gut, Schutzbrille auf. Und um Mond zu spielen, werde ich jetzt hier einmal die Luft herauspumpen. Dazu schließe ich hier den Schlauch an. Das ist die gleiche Pumpe, die wir eben schon mal verwendet haben. Und ich starte die Pumpe. So, es wird eine Weile dauern, bis die ganze Luft hier rausgepumpt wird. Aber dann werdet ihr sehen, was dann passiert. Ja, das dauert ein bisschen, aber man sieht hier auf der Anzeige, wie der Zeiger immer weiter und weiter nach unten geht. Und irgendwann ist da keine Luft mehr drin. Das dauert noch kurz. Aber wenn wir so weit sind, werden wir diese Röhre umdrehen und nochmal beides gleichzeitig nach unten fallen lassen. Und ihr könnt mal aufpassen, was dann passiert. Du Pumpe, ich habe eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, wenn ich mich da richtig erinnere, dass dieses Experiment so ähnlich schon auf dem Mond durchgeführt wurde. War das auch mit einem Ball oder einer Feder? Äh, nicht ganz. Also die Feder, die war schon extra dafür dabei, aber statt dem Ball hat man damals einen Hammer runterfallen lassen. Den hatte man dabei, um ein paar Gesteinsarten abzubauen und da Sammlungen zu nehmen, Proben zu nehmen. Ja, wir sind gleich so weit. Wir brauchen noch einen Moment, denn damit man den Effekt wirklich richtig gut sehen kann, das, was wir euch zeigen wollen, brauchen wir wirklich ein sehr gutes Vakuum. Das ist sehr ähnlich, wie dort drüben, wie wir euch das gezeigt haben. Also es wird sozusagen die ganze Luft rausgesaugt. Und ja, der Zeiger nähert sich unserem Ziel. Ich stelle mir mal vor, wenn da drin jetzt ganz viele Schokoküsse, was dann passieren würde. Das wollen wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. Doch? Da hätten wir Spaß am Ende. Ja, ja komm, noch ein bisschen. Gegen Ende dauert es immer noch ein bisschen länger, weil ihr müsst euch ja vorstellen, die ganzen Luftteilchen, die müssen ja auch irgendwie mal hier ankommen. Die sind vielleicht da hinten, die sind heute ein bisschen müde und denken so, nö, jetzt will ich nicht rausgepumpt werden. Aber auch die ganz müden, die faulen Luftteilchen, auch die müssen hier raus, damit wir euch das ganz toll gleich zeigen können. Wenn dann die Luft gleich raus ist, wie geht es denn dann gleich weiter, klar? Also dann werde ich erstmal die Röhre in die Ausgangsposition bringen, also jetzt hier horizontal, vertikal und werde sie dann umdrehen. Und dann müsst ihr beobachten, was dann passiert. Und ja, ich denke mal jetzt noch so 10 Sekunden und dann können wir... Okay, okay, also wenn wir das Experiment gleich machen, das ist quasi das gleiche Experiment, Philipp, wie du das ja eben auf der Bühne gemacht hast. Wir erzählen keinen Charakter, ihr hört mir zu. Genau, und zwar wir machen das gleiche Experiment wie eben hier draußen. Und wir draußen hatten wir die Luft drumherum und der Röhre haben wir jetzt keine Luft mehr. Genau, so. Ich denke mal, jetzt ist keine Luft mehr drin, deswegen mache ich die Pumpe wieder aus und nehme hier den Schlauch ab. So, das ist jetzt die Ausgangsposition. Und dann werden wir gleich mal gucken, was passiert. Aber was denkt denn unser Bühne? Philipp, was denkst du denn jetzt ohne Luft? Was wird denn jetzt schneller fallen? Die Feder. Die Feder jetzt? Die Feder. Okay, dann achten wir mal genau drauf. Los geht's. Ich mach's noch einmal, hoffentlich funktioniert's wieder so gut. Ja, habt ihr's gesehen? Wow, habt ihr's gesehen? Was war schneller? Beides. Ja, genau, irgendwie war jetzt beides gleich schnell. Ja, und woran liegt das? Naja, ah, es liegt da dran, weil wir keine Luft mehr haben. Tada, genauer gesagt ist der Grund der Luftwiderstand. Hier draußen, wo Luft ist, segelt die Feder ganz langsam nach unten, weil es von den ganzen Luftteilchen abgebremst wird. Der Ball hat viel weniger Oberfläche und saust daher einfach durch die Luft durch. Jetzt, wo keine Luft mehr in der Röhre ist oder wie auf dem Mond, fallen alle Dinge gleich schnell nach unten. Okay, das hab ich verstanden. Ohne Luft, das heißt im Vakuum, fallen alle Dinge gleich schnell. Aber, Clara, lass bitte schon mal die Luft wieder rein, denn rein theoretisch müsste ja jetzt, wenn wir die Luft dann wieder reinlassen, beides auch in der Röhre wieder unterschiedlich schnell fallen, so wie hier draußen vorhin auf der Bühne. Genau, ich lass mal die Luft wieder rein, ihr hört schon dieses Zischen und ihr seht hier den Luftstrom, da bewegt sich die Feder so ein bisschen. Und wenn das Zischen gleich aufhört, dann wissen wir, dass die komplette Röhre wieder mit Luft gefüllt ist. Ich hör mal genau hin. Ja, dauert noch eine Weile. Ja, jetzt hört sich's gut an. Noch ein ganz bisschen Luft, will noch rein. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, jetzt haben wir es. Ja, und dann zeige ich euch nochmal. Jetzt, wir wissen, was wir erwarten. Mal gucken, ob das dann auch stimmt. Ah, da sehen wir es. Ah, ja. Ja, okay, man sieht es ganz eindeutig. Wir fallen wieder unterschiedlich schnell. Ja, das ist wirklich ein faszinierendes Experiment. Dank an unseres Bühnenkind, du bekommst einen tollen Leuchtpulli von uns und darfst dich mit einem tausend Applaus setzen und die Brille, genau. Darfst uns wieder gehen. Aber jetzt mal etwas ganz anderes. Und zwar, wenn wir von der Erde aus uns den Mond angucken. Da sehen wir diese dunklen Flecken auf seiner Oberfläche. Ah, ja, wir sehen jetzt hier sehr schön, die kenne ich. Manche sagen dazu auch, das ist das Gesicht vom Mann im Mond. Aber was ich mich frage, Clara, wie sind denn diese dunklen Flecken eigentlich entstanden? Da sind riesige Meteoriten in den Mond reingeknallt. Hier seht ihr es in einer Animation. Am Anfang war der Mond eine ganz heiße Kugel. Allmählich bildete sich an seiner Oberfläche eine helle Kruste. Damals war der Mond noch ganz weiß, jedenfalls noch ohne dunkle Flecken. Die großen Meteoriten haben dann so tiefe Krater in die Oberfläche reingeschlagen, durch die Kruste hindurch, dass heiße Lava vom Inneren des Mondes nach oben kam. Sie füllte die Krater, kühlte langsam mit der Zeit ab und weil die Lava eine dunklere Farbe als der Rest der Oberfläche hatte, sind die dunklen Flecken entstanden. Später sind dann noch viele kleinere Meteoriten in den Mond eingeschlagen, die dann auch noch kleinere Krater hinterlassen haben, wie es hier seht. Und so ist dann der Mond entstanden, wie ihn wir heute kennen. Ah, wow, danke für diese tolle Erklärung. Aber mal jetzt kurz weg von diesen dunklen Flecken, mir fällt da noch was anderes auf. Und ihr habt das garantiert alle auch schon mal beobachtet. Und zwar, wenn wir uns nachts den Mond angucken, dann ist der ja manchmal so richtig kreisrund. Und manchmal, da sehen wir ihn aber auch nur so zur Hälfte und manchmal, da ist er so eine ganz dünne Sichel. Woran liegt das denn jetzt? Das kann ich dir erklären, aber dafür müssen wir zwei erstmal unsere Kittel ausziehen und gleich das Saarlicht ausschalten. Äh, Moment. Unsere Kittel ausziehen und das Licht ausschalten? Warum das denn? Hier im Saal muss es erstmal stockdunkel werden, wie im Weltraum. Und da stören diese hellen Kittel einfach. Dann gib mir die doch einfach und ich gebe in meinem hellen Anzug mal an den Hühnrand. Okay. So. Danke. Also. Im Weltraum gibt es ja nur eine Lichtquelle, und zwar die Sonne. Die habe ich schon mitgebracht. Aha. Und zwar diesen Scheinwerfer. So. Ziemlich hell. Dann darfst du dir einmal die Kamera holen und dich hier in die Bühnenmitte stellen. Und ich nehme auch direkt den Mond mit. Okay. Dann schnappe ich mir mal die Kamera. Dankeschön. So. Ziemlich hat gesagt, ich soll mich hier in die Bühnenmitte damit stellen. Genau. Ungefähr da, das passt. Okay. So. So. Also. Okay. Ich habe hier den Mond, wie man sieht. Und du kannst jetzt mit der Kamera deine Sicht aus von der Erde auf den Mond zeigen. Okay. Und wenn mich nicht alles täuschen, müsste jetzt Vollmond sein. Ja. Genau. Also ich sehe den Mond kreisrund. Wir haben Vollmond. Ganz genau. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen los und du schaust, wie sich das verändert. Zum Beispiel jetzt. Ja. Jetzt wird nur noch die Hälfte angestrahlt. Wir haben Halbmond. Richtig. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Und jetzt? Wow. Also jetzt blendet mich die Sonne so stark, dass ich quasi von hier, von der Erde aus, den Mond gar nicht mehr erkennen kann. Ganz genau. Das nennt man Neumond. Ah. Ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ah, stopp. Bleib mal kurz stehen, Pyramin. Jetzt sieht man das ganz schön, was ich vorhin auch gesagt hatte. Jetzt sieht er gerade so aus wie so eine ganz dünne Sichel. Ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen weiter. Jetzt ist ungefähr, jetzt sind drei Wochen vergangen, seitdem ich losgelaufen bin. Ah, ja, man sieht ganz deutlich, jetzt ist wieder Halbmond. Ganz genau. Und dann laufe ich wieder zu meiner Startposition, wo ich vor vier Wochen losgelaufen bin. Ja, der Mond ist wieder kreisrund. Wir haben Vollmond. Genau. Das war ein Umlauf des Mondes um die Erde. Also, ihr habt gesehen, warum der Mond manchmal voll, manchmal halb oder auch manchmal gar nicht zu sehen ist. Es liegt an seiner Position auf der Bahn um die Erde und aus der Richtung, aus der die Sonne ihn anstrahlt. Vielen Dank, Tobi und Pyramin, für diese einleuchtende Erklärung. Ich freue mich die Sache noch mal kurz wieder zur Seite. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir uns gemeinsam mal ein paar Bildausschnitte angucken. Und zwar von der Apollo 11 Mission, so hieß nämlich diese Raumfahrtmission, und weiteren Apollo-Flügen. Euch wird auffallen, dass teilweise die Bilder so ein bisschen verwaschen aussehen. Das liegt daran, dass es alte Originalaufnahmen sind. Sie zeigen, wie die Menschheit vor 50 Jahren zum ersten Mal zum Mond geflogen sind. Film ab! Film ab! Film ab! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So langsam wird mir auch schwindelig dabei. Ja, okay, okay, Firmid, halt an, du kannst anhalten, du kannst anhalten. Okay, nicht, dass du dir noch umkippst. Ich habe verstanden, warum der Mond quasi der Erde immer nur die Vorderseite zuwendet. Aber eins würde mich jetzt schon mal noch interessieren. Was denn? Naja, wie die Rückseite vom Mond aussieht. Da habe ich ein ziemlich interessantes Foto für dich. Ihr seht das hier auf dem Monitor. Wow, schaut mal, auf der Rückseite vom Mond, da sind ja fast gar keine dunklen Flecken. Warum? Weil auf der Rückseite des Mondes die Kruste viel dicker ist als auf der Vorderseite. Heißt auch, wenn da mal ein Meteorit reingeknallt ist, ist nichts von unten nach, ja nach oben geblubbert. Okay, das habe ich verstanden. Die Kruste hinten ist dicker als die Kruste auf der Vorderseite. Nochmal, warum? Das weiß man nicht. Hä? Wie? Das weiß man nicht. Also, warum nicht? Also ich meine, warum weiß man das denn nicht? Man weiß halt eben noch nicht alles über den Mond. Und auch da gibt es noch so viel zu erforschen. Gut, dass wir endlich wieder auf die Forschung zurückkommen. Die Astronauten hatten nämlich eine Menge von Experimenten mit im Gepäck. Zum Beispiel ein Instrument, mit dem man Erdbeben messen kann. Na, stopp. Du meinst Mondbeben. Natürlich. Aber da habe ich eine Idee. Lasst uns doch mal versuchen, ob wir hier den Saal zum Beben bringen können. Geht mal wieder auf die Seiten. Ich packe mal kurz den Mond weg. Und euch hier im Publikum, euch teilen wir jetzt drei Teile ein. Und zwar einmal hier, der erste Teil hier auf der Seite, auf der rechten Seite. Ihr achtet mal nur auf Clara. Ja, ihr gehört zu Clara. Dann einmal in der Mitte. Und zwar bis hier. Ihr in der Mitte. Ihr achtet auf mich. Und ihr dort drüben, auf der linken Seite. Ihr achtet mal genau auf Pirmin. Und zwar brauchen wir als allererstes für so ein Mondbeben einen Meteoriteneinschlag. Und das macht ihr hier drüben bei Pirmin. Das heißt, alle hier auf der Seite, ihr klatscht in die Hände und ruft gleichzeitig ganz laut WUM! Probiert das mal mit Pirmin zusammen aus. Achtung! Und hoch! Wow! Okay, sehr gut. Nach dem Meteoriteneinschlag machen wir hier in der Mitte, wir machen die Welle, die sich durch den Mond bewegt. Das nimmt mal die Arme nach vorne und macht also eine Wellenbewegung. Ja, wir rufen, Achtung, wir rufen zeitgleich alle ganz laut. Ola, Ola! Achtung, und wir testen es mal gemeinsam. Und Ola, Ola! Okay, sehr gut. Ihr hier drüben, auf der Seite, ihr seid jetzt das Mondbeben-Messgerät. Das heißt, nachdem die Welle bei euch angekommen sind, reißt ihr die Arme nach oben und ruft ganz laut PIN! Probiert das mal aus! Okay, und PIN! Okay, sehr gut. Das alles machen wir jetzt ohne Pause hintereinander. Aber Achtung, Achtung! Wir machen das Ganze dreimal. Wir stoppen da drüben bei Pirmin. Und PIN! Und PIN! Ola, Ola, PIN! Bumm! Ola, Ola, PIN! Was? Bumm! Was war los? Ja, wir haben noch... Halt, halt! Bumm! Bumm! Ja! Drei Mal hintereinander, das werden wir ja wohin fliehen. Ja, ich hoffe es doch. Okay, also, ihr müsst alle zeitgleich bumm, dass wir das hören. Und wir beginnen nochmal. Ola, 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 PIN! Ola, 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 PIN! Ola, 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 PIN! Wow, okay, das war sehr gut. Ein riesen Applaus! Sehr schön. Und weil ihr alle so toll mitgemacht habt, habe ich für euch... Halt, warte, 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 warte. Dafür brauchen wir jetzt echt Ruhe, weil... Ssssshh! Ich habe für euch jetzt noch etwas ganz, ganz Besonderes dabei. Moment. Etwas ganz, ganz, ganz Besonderes? Allerdings. Da bin ich ziemlich gespannt. Wow, schaut mal. Schaut mal, Clara zieht sich sogar weiße Handschuhe an. Das muss echt was ganz Besonderes sein. Das hier ist ein Stückchen Mondgestein. Ein echtes Stück von unserem Mond. Wow, also das ist wirklich was Besonderes. Ein echtes Stück vom Mond hier in Rostock. Und das Besondere an diesem Stückchen Mondgestein ist, es erzählt uns überhaupt erst, wie der Mond entstanden ist. Ja, okay. Und wie ist der Mond entstanden? Durch einen gewaltigen Meteoriteneinschlag. Wir sehen das auch hier im Bild. Vor über 4 Milliarden Jahren, als es noch kein Leben auf der Erde gab, ist er eingeschlagen und hat gewaltige Mengen an Material aus ihr herausgeschleudert. Nach und nach haben die sich gegenseitig angezogen und den Mond geformt. Okay, das habe ich verstanden. Aber was hat das denn jetzt mit diesen Gesteinsproben vom Mond zu tun? Das erkläre ich euch. Sie wurden im Labor untersucht. Hier seht ihr ein Mikroskopbild. Die Farben, die man nur so schillernd unter einem bestimmten Mikroskop erkennen kann, verraten den Experten, um welche Gesteinsproben es sich handelt. Dabei hat man festgestellt, das Mondgestein, hier seht ihr es nochmal in groß, ist dem Gestein auf unserer Erde so ähnlich, dass man weiß, der Mond war einmal Teil unserer Erde. Ich packe das Mondgestein jetzt wieder ganz vorsichtig in das Kästchen und den Tresor zurück. Verschließe ihn. Würde euch bitten, ihn wieder wegzubringen. Und zieht euch bitte endlich diese albernen Kostüme aus. Alber? Na gut. Und ich, liebe Leute, nehme euch jetzt mit auf einen VR-Moonwalk. Und zwar werde ich diese VR-Brille tragen. Und ihr seht auf der Leinwand genau das, was ich auf dem Mond sehe. Einmal kurz warten. Ich bereite das mal kurz vor. So, jetzt sind wir hier auf dem Mond. Was für eine Aussicht. Da drüben, da höpft mein Kollege rum. Da gehe ich gleich mal hin. Guckt euch das mal an. Wow. Und hier, hier sehen wir die Mondlandefähre, mit der Buzz Aldrin und Neil Armstrong damals auf dem Mond gelandet sind. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Und guckt mal, hier vor mir, da erkennt ihr vielleicht diese tellerartigen Füße. Mit denen sollte verhindert werden, dass die Mondlandefähre im Mondstaub einsinkt. Und hier, guckt mal, da ist die Flagge. Die wurde bei jeder Mondlandemission neben die Mondlandefähre aufgestellt. Und hier sehen wir ein Experiment, ein Instrument. Und zwar ein sogenanntes Sonnenwindsegel. Dazu muss man wissen, unsere Sonne sendet nicht nur Licht und Wärme aus, sondern auch klitzekleine, unsichtbare Teilchen. Den sogenannten Sonnenwind. Auf der Erde sind wir davor geschützt durch unser Magnetfeld. Und wie stark dieser auf dem Mond ist, konnte mit diesem Sonnenwindsegel gemessen werden. Ich gehe jetzt noch mal ein Stück weiter zu weiteren Experimenten, die durchgeführt wurden. Hier sehen wir zwei weitere Instrumente. Die haben die Astronauten aufgestellt, als sie hier waren. Hier sehen wir einen Reflektor. Man kann auch sagen, einen Spiegel. Von der Erde aus werden Laserstrahlen zu diesem Spiegel geschickt, die dann reflektiert werden. Und aus der Zeit, die das Licht von der Erde bis zum Mond und wieder zurück benötigt, kann genau bestimmt werden, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist. Und hier seht ihr noch ein Seismometer, das Mondbebenmessgerät. Darüber hatten wir ja vorher schon gesprochen. Ich bin übrigens in dieser Animation in der Rolle von Buzz Aldrin. Und da ist mein Kollege Neil. Ich gucke mal, wie es dem so geht. Hi Neil. Hi, how are you? Wow. You jump really high. Wow. Der kann echt hoch springen, ne? Und guckt mal, guckt euch das mal an. Der Neil hinterlässt hier im Staub so Abdrücke. Und wisst ihr, was das Spannende daran ist? Diese werden für immer auf dem Mond bleiben. Denn hier gibt es ja keinen Wind, also keine Luft. Und deswegen auch keinen Wind, der diese verwehen kann. Ich gehe jetzt mal hier zurück zu der Mondlandefähre, klettere mal die Leiter wieder hoch, mache eine kleine Pause. Und damit gebe ich zurück zur Erde, nach Rostock, zu Tobi und Firmin. Wow. Vielen Dank, Clara, für diese eindrucksvolle Präsentation. Ihr dürft gerne applaudieren. Aber ich würde sagen, nach diesem virtuellen Moonwalk, können wir doch mal einen echten Moonwalk machen. Achtung, stehen wir wieder alle auf? Such mal aufzustehen. Genau. Mal ein bisschen die Fische wegklappen. Achtung, wir machen jetzt einen Moonwalk. Das heißt, wir laufen alle auf der Stelle. Alle laufen auf der Stelle. Aber ganz langsam, wie in Zeitlupe. Wir sind ja auf der Mondoberfläche. Und wir nehmen die Arme nach oben. Bisschen so nach hinten und her. Und alles in Zeitlupe. Und achten, wir sind ja jetzt Astronauten, die über die Mondoberfläche laufen. Und wir merken jetzt, achten, unser Helm ist locker. Jetzt alle mit einer Hand auf den Kopf klopfen. Und mit der anderen Hand wischen wir unseren Mondstaub weg. Eine kreisende Bewegung vor dem Bauch. Klopfen und kreisen. Ja, gar nicht so schlecht. Achtung, wir wechseln mal die Hände. Hände wechseln. Klopfen und kreisen. Aber das kriegen wir noch ein bisschen schneller hin, oder? Schneller, alles klar. Klopfen und kreisen, jetzt ein bisschen schneller. Ja, gar nicht schlecht. Schneller und nochmal die Hand wechseln. Klopfen, kreisen, klopfen, kreisen. Hand wechseln, klopfen, kreisen. Schneller, schneller, schneller. Wow. Sehr gut. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das habt ihr echt klasse gemacht. Toll gemacht. Genau, alle wieder hinsetzen. Und jetzt geht es auch direkt weiter. Und zwar auf unserer Reise durch den Weltraum zünden wir die nächste Stufe und verlassen den Mond. Und genau, wir begeben uns jetzt nämlich auf eine Reise durchs Sonnensystem. Und damit dürft ihr hier im Saal alle mitmachen. So, ihr seht das dort schon an der Seite liegen. Wir haben so leuchtende Planeten. Die geben wir jetzt in den Saal. Und Achtung, eure Aufgabe ist es, da wo wir die Planeten reingeben, gebt ihr sie nach hinten durch. Dabei ist ganz wichtig, diese Planeten nicht werfen. Gerade bei den großen Planeten ist das nicht so einfach. Macht das langsam und vorsichtig. Ja, und dann starten wir. Starten wir. Und zwar, die Sonne wird viel zu groß in unserem Modell. Deswegen seht ihr sie hier vorne einfach schon mal auf unserem Screen. Okay, was ist denn jetzt der erste Planet, der am dichtesten an der Sonne dran ist? Wer weiß es? Einfach rufen. Merkur. Genau. Den Merkur, den haben wir hier. Der Merkur hat übrigens keinen Mond. Achtung, ich gebe den Merkur mal hier vorne rein. Und der Merkur, der muss einfach mal eine Reihe nach hinten. Eine Reihe nach hinten. Genau. Stopp. Und da kann er schon bleiben. Einfach mal schön hochhalten. Sehr gut. So, dann geht es weiter mit dem. Das ist richtig. Auch die Venus hat keinen Mond. Wir gehen eben ein bisschen daneben rein. Und geben denen ein paar rein, ein paar rein hinter dem Merkur durch. Ja. Noch weiter. Ja. Da bleiben wir. So, und welcher Planet kommt jetzt? Genau, unser Heimatplanet. Und wisst ihr was? Wir müssen wirklich alle ganz doll auf unsere Erde aufpassen. Und damit meine ich nicht nur diesen Ballon. Den können wir hier mal reingehen. Und schön nach weiter hinten durchgeben. Denn die Erde ist ja hinter der Erde, also weiter weg entfernt. Da ist die Erde gut. Schön hochhalten. Danke. Okay. 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 Was ist denn unser Nachbarplanet weiter nach außen? Das ist der Mars. Das ist der Mars. Das Besondere am Mars ist übrigens der Mars. Der hat sogar zwei Monde. Das sind aber nur zwei ganz kleine Minimonde. Achtung, ich gebe ihn mal hier so rein. Einmal nach hinten. Einmal durchgeben. Gerade hinter. Genau. So, genau. Noch eine Reihe. Und noch eine Reihe. Stopp. Da kann er bleiben. In der Reihe. Und schön den Mars hochhalten. Sehr gut. So, dann kommt der größte, der größte Planet. Ganz vorsichtig. Firmin, der hat doch so richtig viele Monde, oder? Ja, hat der nicht so. Der hat 2,7 Stück, aber wir hören das eh nicht. Deswegen, das ist er so richtig. Noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, stopp. Da ist er gut. Ja. Da kann er irgendwie zerbleiben. Und, wie heißt der nächste Planet? Saturn, genau. Den Witzel auch nach hinten durchgeben. Da ist gut. Warte mal kurz. Oh, mein Gott. Witzel auch. Sag mal ganz leise. Versucht mal ein bisschen leiser zu sein, damit die anderen auch wirklich das Kommando hören können, weil der Planet an der richtigen Stelle angekommen ist. Ja, also versuch das mal ganz leise. Witzel auch. Okay. Genau, hört mir gut zu. Den gibt dir genau da immer schön nach hinten durch. Nicht werfen und vorsichtig sein. Sehr gut. Macht ihr es. Der ist ziemlich groß. Noch ein paar rein nach hinten. Noch weiter nach hinten. Gib den Loch ein Stück weiter. Sehr gut. Ja. Auffassen, aufpassen. Noch ein Stückchen. Da ist er gut. Da darf der Saturn bleiben. Da darf der Saturn bleiben. Stopp. 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 Genau da darf er bleiben. Sehr schön. Und macht man das, dass die Ringe so ein bisschen gerade sind. Sehr schön. Da darf er bleiben. Pssst. Pssst. So. Zwei Planeten fehlen noch. Wer weiß denn, was ist der nächste Planet nach dem Saturn? Richtig. Der Uranus. Den Uranus haben wir hier. Der Uranus ist noch hinter dem Saturn. Ja genau. Noch weiter. Hey. Nicht werfen. Ja. Noch ein Stückchen. Und stopp. Stopp. Da kann er bleiben. Stopp. Stopp. Nein. Stopp. Da kann er bleiben. Halt. Halt. Genau so bleibt er. Sehr gut. So. Dann kommt unser letzter Planet. Und den gehen wir ganz außen. Ganz nach hinten. weiter. 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 Stopp! Sehr schön. Jetzt sind alle Planeten an der richtigen Stelle. Jetzt werden wir einmal das Saarlicht ausmachen. Und dann könnt ihr sehen, wie schön die Planeten hier im Saar leuchten. Seid noch mal alle ganz still und guckt euch diesen schönen Ausblick an. Und alle, die Hände frei haben, würde ich sagen, können noch mal einen großen Applaus diesem schönen Anblick spenden. Und jetzt gebt ihr bitte die großen, viertletzten Planeten alle zur Seite, an die Seite wieder durch. Also Jupiter nicht werfen bitte, Jupiter, Saturn, Lärmchen und Pluto und die Kleinen könnt ihr hier nach vorne durchschieben. Hallo! Hier! Hier, Bruder! Heißer! Ja! Sehr schön! Damit, Achtung! Alle auf die Hand achten. Alle ganz leise. Und jetzt, ihr habt es gesehen, insgesamt umkreisen acht Planeten unsere Sonne. Und ein Planet davon, nämlich unser Nachbarplanet, der Mars, der könnte eventuell das nächste große Ziel für Astronautinnen und Astronauten sein. Stimmt! Denn zuerst werden die Menschen aber noch mal zum Mond fliegen. Es ist sogar geplant, dass in einigen Jahren eine neue Raumstation den Mond umkreisen soll. Wie ihr seht, das ist ungefähr die Planung, wie es aktuell angedacht ist. Außerdem wird darüber nachgedacht, eine Mondstation zu errichten, auf der die Menschen dauerhaft arbeiten sollen. Hier seht ihr übrigens, wie es aktuell angedacht ist. Es ist so modular aufgebaut, in Kuppelform, wie man das sieht. Zuerst müssen die einzelnen Module natürlich mit Frachtschiffen auf die Mondoberfläche gebracht werden. So, dann werden die abgeladen. So, diese einzelnen Module sind aufblasbar. Dadurch sind die ganz, ganz leicht. Und weil man keine Baumaterialien von der Erde zum Mond bringen kann, nimmt man das, was da ist, und zwar den Mondstaub. Mit Hilfe von 3D-Druck baut man jetzt Backsteine um diese Höhlen herum und dann hat man sowas wie feste Wände. So, genau. Da seht ihr das. Das ist alles 3D-Druck. Ja. Ganz genau. So. Sehr schön. Natürlich sind die Astronauten nicht ganz, ganz alleine auf dieser Mondoberfläche, haben ein paar Roboter dabei, solche zum Beispiel, und die helfen den einzelnen Astronauten bei ihrer Arbeit. Und die Energie liefert die Sonne und die wird mittels Sonnenenergie gewonnen mit solchen Solarzellen. Ja, und wisst ihr, was auch echt spannend bei der ganzen Geschichte ist? Und zwar kann auf dem Mond trainiert werden, wie später der Mars erforscht werden kann. Denn der große Vorteil ist, zum Mond sind es ja nur drei Tage, das heißt, wenn es ein Problem gibt oder Nachschub benötigt wird, dann kann man nochmal schnell zur Erde zurückfliegen. Denn zum Mars braucht man ganze sechs Monate. Ja, aber der Mars, der Mars extrem spannend. Warum? Warum? Wir wissen heute, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es auf der Marsoberfläche mal flüssiges Wasser gegeben hat. Ihr seht es hier im Bild, dass dort oben am Rand ist ein ausgetrockneter Flusslauf. Und das Spannende ist, dort, wo es mal flüssiges Wasser gegeben hat, dort hat sich möglicherweise auch Leben entwickelt. Ob das allerdings wirklich so war, das finden wahrscheinlich erst einige Astronautinnen und Astronauten raus, wenn sie in ein paar Jahren auf dem Mars landen werden. Und vielleicht ist ja heute hier schon jemand von euch dabei, der Jahre später nach der Schule und dem Studium zu den ersten Menschen gehört, die den Mars betreten. Und wie das da auf dem Mars aussieht, das zeigen wir euch zum Abschluss in einem kleinen Video, das mithilfe unserer DLR-Mars-Kamera erstellt wurde. Film ab! Film ab! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und mit diesem Ausblick zum Mars geht unsere Raumfahrtshow heute leider schon zu Ende. Noch eine Sekunde bitte. Wenn ihr noch mehr über den Raumfahrt, über das Weltraum erfahren wollt, dann besucht doch gerne unser Jugendportal DLR Next. Da gibt es Informationen, Bilder und sogar Spiele. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir euer Interesse geweckt haben. Hier seht ihr den Link auf dem Screen. Wir möchten uns natürlich noch ganz schnell bei der Uni Rostock und der Kinder-Uni bedanken, dass wir heute hier sein durften. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, auf unsere gemeinsamen Gedankenreise zum Mond. Also uns hat es auf jeden Fall Riesenspaß gemacht. Und deswegen nochmal einen Riesenapplaus an euch. Mädchen, südlich. Schöpchen. Vielen Dank.